Los, sing alle kräftig mit, der Wurm, der ist kein großer Hit. Oh, komm Champagne, gib dem Sklubwurm eine Chance. Versuch, sein Freund zu sein. Mach dein Selfie zusammen. Das ultimative Bindungserlebnis. Okay, ich versuch's ja schon. Sag Kies, wenn du kannst. Er hat mein Handy kaputt gemacht. Kann ich ihn bitte abmachen und in ein Loch werfen? Pan, es spielt überhaupt keine Rolle, wie hässlich du Sklubwurm findest. Wir müssen sein Zuhause finden, damit er nicht endgültig ausstirbt. Panda? Panda? Oh! 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 Oh, oh, oh. Hier sieht so aus, als hätte jemand ein paar Swimmingpools bauen wollen. Das sind Krater, Gris. Ein Hotspot für Wurmstöcke. Der Stock des kleinen Kerlchens müsste gleich da vorn sein. Das lässt mich echt hoffen. Das Teil macht mir wirklich ganz schön zu schaffen. Leute, seht mal hier drüben. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Der Wurmstück müsste gleich hinter diesen Blättern sein. Juhu! Gleich will ich das Teil endlich los! Herzlich willkommen beim Wurmstock. Einwohnerzahl? Äh, beträgt null? Das gibt's doch nicht! Wo ist der Wurmstock? Panda ist zwei Sekunden davon entfernt durchzudrehen. Naja, äh, es wäre möglich, dass der Wurmstock gewandert ist. Wahrscheinlich nur ein paar Meilen, so zwei oder drei, höchstens zehn. Zehn Meilen? Wir können unser Lager aufschlagen und gleich morgen früh wieder aufbrechen. Ich soll bis morgen früh warten! Eisbär hat Lager aufgebaut. Du wirst den Wurm wohl noch ein kleines bisschen länger behalten müssen. Länger behalten müssen. Länger behalten müssen. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Noch ein kleines bisschen länger. Das ist auch ein bisschen länger. Das muss endlich aufhören. Panda? Hör gut zu, Sklubwurm. Mir ist egal, was passieren kann. Ich muss dich sofort von meinem Körper runterkriegen. Panda, nein! Oh. Hey, Unika. Du hast den Sklubwurm abgenommen. Ich hab das Gefühl, dass er mal auf die Toilette muss. Das ist sein Verteidigungsmechanismus. Was hab ich nur getan? Hör. Oh, Hör. Ah. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020